Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute What Never Wars und wir fangen direkt an. Ich werde über ein Bild sehr erfreut. Ja, ich verstehe gar nichts. Okay. Genau. Wir, bzw. ich tue mal ganz kurz den Desktop Sound ein bisschen höher drehen, dass ihr das auch versteht alles. So. Oh, bin ich lahmarschig unterwegs. Okay, das ist ducken. Das auch. Okay. Okay. Und was muss ich jetzt machen? Oh. Oh. These can be pushed. Shoe, Egypt. Oh. 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 Ach. trampasher adox** James Wright with a message for my granddaughter Sarah Elizabeth Wright so if anyone else is listening they can sort off immediately please Sarah if you are listening to this then it means but I don't want you to be too sad about it that's just the way life goes and sometimes so chin up my little pixie remember our grand moments yeah the adventures we had when you were a little one and I wasn't such a cranky old man I I know you have questions for me it's true I kept secrets from you and your mother but there were good reasons there are things in this world greater than ourselves and I needed to protect you from them I don't want either of you to face the dangers that I've had to I never wanted to place such a burden on your shoulders now it's unavoidable pixie I need your help but I can't just tell you I have to show you you will need to see for yourself this world is full of secrets from the tallest tree to the deepest river in every breath of wind and every dancing flame all you have to do is look goodbye Sarah I love you very much tschüss good bye grandpa booh an alter N64 geil my grandfather's grandfather gets locked die ist verschlossen okay a typewriter it's a check there's no one to play no this looks like one of the diary pages okay I have something opened okay I have something opened no no I have watched too many movies to go about stealing ancient it's an old table lamp there is a key it's a small simple key maybe it fits the desk the key I have must be elsewhere that that doesn't seem to be it what did the message say again what did the message say again keene ahnung irgendwas mit ägypten hat er gesagt what did the message say again what did the message say again keene ahnung eeehm irgendwas mit feuer also das da ah shoot was die keene ahnung was die jetzt von mir wollen the hero with a thousand faces by joseph campbell okay das ist ein wassertropfen wenn ich das richtig sehe ja a desk drawer oh schön a desk drawer hmm what's this? okay okay an open desk drawer an open desk drawer das ist alles zu leer, was auch immer Okay, hier haben wir wieder was. Nur Stifte drinnen. Da ist noch was. So, jetzt haben wir hier fünf Sachen. Oh, kurz richtig hinsetzen hier. Okay, Feuer, Wassertropfen, irgendein Dreieck, Dreieck nach oben und ein Diamant. Schön. Ja, wo ist der Schlüssel? Okay, Baum. Nein. Okay, das auch nicht. Dann das. Das. Okay, also Baum. Tropfen, Sonne, Feuer. Was? Hey, wir haben diese Diamanten. Wir haben hier eine. Wir haben hier eine Necklet-Parte. Oh. Oh. Ähm. Ähm. Ja, weiter. Ähm. Ähm. Es ist ein Magnifizierung. Für... Magnifizierung. Was ist, der Ingenieur? Das ist ein Magnifizierung. Das ist ein Magnifizier. Oh. Ja. Das ist ein Magnifizier. Na, keine Energie, Alter. Das ist ein Magnifizieren. Und da, alles ist ein Magnifizier. Darauf muss man erstmal kommen. Okay, wir haben den Schlüssel. Hallo? Was muss ich jetzt machen? Okay. Ich weiß nicht, was ich gerade machen muss. Machen wir den einfach mal nach unten. Hä? Was muss ich da machen? Feuer ist dreieck nach oben. Äh, komm, geh weiter. So. Tropfen, keine Ahnung. Ah, dreieck nach unten mit Strich ist Baum. Okay. Tropfen ist normales Dreieck nach unten. Der Tropfen ist das da. Dreieck nach oben. Dreieck nach oben ist Sonne. Ja. Wow. Ging ja schnell. Wo, 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 wo. Was ist passiert? Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. So. So, Herrweiler. Das war die erste Mal, ich bin mit Magik gegangen. Pulling up die Fälle, die mit meinem Grandfather verbrechen würde. Ich wünsche mir, dass er mich später erzählte. So dass wir auf einmal eine Einwanderung haben könnten. Insofern, ich gehe auf... ...ein... 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 ...aber das ist eine lange Geschichte. ...ein... 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 ...hmmm... ... ... Das war's schon. Schade. Ich dachte es geht länger. Ja... ...das heißt da wird es wohl... ...mehrere Sachen geben. Wie auch immer. Und... ... ...jetzt sind wir schon wieder hier am Start. Da bin ich mal gespannt, was hier noch passiert. Und... Ach halt deinen Mund. Alright. Let's do this. Ja. Was kann ich dazu sagen? Ich hoffe, da geht es auf jeden Fall noch weiter. Wenn ja, bin ich richtig happy. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bleibt gespannt. Genießt den Tag. Und boden rein. Bye、 Bye... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.